MUIGE Und was sagst du dazu, Clemens? Das ist echt geil, wir werden wirklich viel Spaß haben. Oh yeah! So Freunde, Sie sehen mich hier in Neutraubling vor dem Fotostudio. Mikotin ist am Start, er wird zu den Half-Sick fertig geshootet. Als nächstes kommt der Black & Black Hoodie. Models sind gut drauf, Party Beetle schmeckt anders geil. Genau. Was sagen Sie zu der Maske, warum liegt hier Stroh? Ich weiß nicht ganz so genau, weil die Hoodies so, die Sweater so arsch-geiseln. Wenn ihr die nicht kauft, sind wir am Arsch. Gut reicht's. Danke dir! Ja! 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 Paul, was studierst du eigentlich? Was studierst du eigentlich? Nice! Es ist Fugazi! Fugazi, fairytale! Morning, once on midday, often do you jerk off. Those are rookie numbers, you gotta go get those numbers up. You gotta relax, you gotta stay composed while doing those trades. I myself personally jerk off at least four times a day. That's my team. I can't do it! What? I can't do it! And? How much do you feel? Brutal. 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 Raphael, what are you studying? Brutal. Was studierst du? Fum real. Nice. Weren König, müssen auch bezahlen! Weren König! Auf! Morgen Freunde! Ich hab grad den fancy Hafseban. Wir sind jetzt ungefähr bei 50 Prozent würde ich sagen. Wir machen gerade die Sweater bei den Jungs, dann auch die Sweater bei den Mädels, dann auch die T-Shirts bei allen. Dann gehen die Models und Fotografen erstmal zu dieser Backsteinmauer da hinten um die Ecke. Und machen dann noch ein paar Creators-Pics. Und deswegen neben der Clemens und ich hier das Erklärvideo auf. Wir machen noch ein paar Chrome-Videos für einen Vlog. Erstmal so wird der Jugi wieder kaputt gemacht. Das war schon. Gehen, Sascha, was hast du eigentlich studiert? Nix. Ich bin arbeitslos. Da ist halt Vollkorn, Knäckebrot, besser Snack, gesund und nicht beim Griechen-Suppen für 40 Euro in die Vorspeise, wenn sie 8 Personen bestellen. So, herzlichen Glückwunsch wenn ihr's bis hierher geschafft habt. Tut uns noch einen Gefallen, lasst uns ein Abo und ein Like da Und verpasst auf gar keinen Fall am Sonntag um 16 Uhr den Drop von unserer Kollektion Bis dahin, süße Träume Bis dahin